Die letzten Stunden vor dem Kampf sind immer die schlimmsten. Ich hab mich kaufen lassen. Dritte Runde. Open the guard. Boom. Third round. You go down. Ich will mit der Sache nichts zu tun haben. Das war kein Leben von your old Mädchen. Hey. You owe me something. Du bist schon immer grundlos eifersüchtig. Ich hab gesagt, dass es mir leid tut. Das ändert aber nichts. Was willst du eigentlich von mir? Du könntest mir fort dasselbe. Don´t mess sie da. Musst du nicht weg und gegen den Verbrechen? Wenn sie kommt, gewinne ich den Kampf.